Hallo Freunde, willkommen beim Nachrichtenkanal 360. In den heutigen Nachrichten werden erwähnt, Tod von Jean-Paul Belmondo. Mit seinen Rollen vor allem als Actionheld erlangte Jean-Paul Belmondo Weltruhm. Und seine Leidenschaft für die Leinwand trieb ihn bis ins hohe Alter hinein an. Nun ist Bebel im Alter von 88 Jahren gestorben. Bebel, wie die Franzosen ihn nennen, war eine der größten französischen Filmstars überhaupt. Vor der Kamera gab Jean-Paul Belmondo den Actionheld, Draufgänger oder Gauner, wie etwa ein Goddard's Meisterwerk aus Atem. Er überzeugte auch in ernsthafteren Rollen, wie in der eines französischen Widerstandskämpfers in Das Asse der Asse. Heute ist die Schauspiellegende mit 88 Jahren gestorben. Ein immenses Lebenswerk im Februar 2018 erst stand er wieder auf der großen Bühne. Die Akademie des Lumiers in Paris verlieh ihm den Preis für seine außerordentliche Karriere. Belmondo war sichtlich gerührt. C'est ami fait très plaisir. Merci beaucoup. Das macht mich sehr glücklich. Vielen Dank. Sein Lebenswerk, für das er bereits 2011 in Cannes mit der goldenen Palme ausgezeichnet wurde, ist immens. In Frankreich war er das Gesicht der Filmbewegung Nouvelle Weg. Als Actionheld in Filmen wie Der Profi oder Der Greifer wurde er weltweit bekannt. Und Distanz, das war Ehrensache, drehte der Schauspieler selbst. Mehrere private Rückschläge aber egal ob als Draufgänger, als Herzensbrecher oder Gentleman, Belmondo brillierte in all seinen Rollen. Im wahren Leben allerdings musste Bebel einige Turbulenzen hinnehmen. Vom Tod der Tochter über den Schlaganfall und zwei Scheidungen. Zuletzt noch die nervenaufreibende Trennung von seiner 40 Jahre jüngeren Freundin. Sie soll den Filmstart zu allem Übel auch noch finanziell ausgenommen haben. Punkt die Sehnsucht nach der Leinwand. All das aber konnte den Xboxer nicht umhauen. Noch mit 85 Jahren wollte Rebebel wieder zurück auf die Leinwand spielen. Für ihn eine Lebensaufgabe. Ein Schauspieler ist niemand, der bleibt. Er ist ja kein Maler oder ein Schriftsteller. Für den Schauspieler zählt der Moment. Von diesen Momenten hatte Belmondo unzählige in seiner mehr als 50-jährigen Schauspielkarriere. Zum Glück wurden die meisten auf Film gebannt. Als Erinnerung an einen ganz großen werden sie so auch nach seinem Tod bleiben.